Hallo und willkommen zu einem unserer neuen Videos. Wir nähen für unsere Kunden, groß oder klein, nähen wir ganz individuelle Taschen mit ganz unterschiedlichen Stoffen. Ja, und ich zeige euch heute ein paar Exemplare und zeige euch mal, was so in so eine Tasche reinpasst. Ich nähe jede Tasche sehr individuell. In der Regel gerne auch mal auf Wunsch. Wir haben ja auch Kinder oder auch Erwachsene, die einen besonderen Farbwunsch haben. Den dürfen sie dann auch gerne äußern. Bei den beiden ersten Taschen habe ich nun eine kleine Tasche mit eingenäht. Das ist ein ganz zarter und dennoch sehr robuster Stoff. Ich habe den von einem niederländischen Stoffhändler eingekauft und ist auch sehr faltenarm. Aber reiner Baumwollstoff ist es dennoch. So, und warum machen wir das? Ich brauche immer eine Tasche für die Reinigungs- und für die Zubehörsachen, für die Hörsysteme. Und wollte eben nicht auf so handelsübliche Papiertüten zurückgreifen. Die schmeißt man später irgendwann in den Müll, das fände ich schade. So, was passt rein? Wir brauchen für die Reinigung brauchen wir in der Regel eine Reinigungsdose, ein Aufbewahrungs-Etui für die Hörsysteme, Batterietester, Reinigungstücher, Trockenkapseln, eventuell zum Abhören der Hörsysteme bei Kindern oder bei Angehörigen brauchen wir auch noch ein Stetoclip oder in dem Fall ein Abhörschlauch mit einer Ohrolive. So, und es würde immer noch ein bisschen mehr reinpassen. Es soll ja auch nicht zugestopft sein. Eine Kundin hat mir letztens erzählt, sie hat das bei sich in den Schrank gehangen und ist es sauber aufgeräumt und hat das für ihren Mann an die Garderobe gehangen, sodass sie immer daran erinnert wird und dass sie den Reservebereich eben im Schrank haben. Meine Kinder oder auch andere Kinder benutzen die Taschen aber danach nicht mehr für die Reinigungs- und Zubehörsachen, sondern benutzen sie für die Spielsachen. So, und sie halten tatsächlich viel aus. Legosteine haben Platz, Autos haben Platz, Bücher passen rein und zum Einkaufen für eine Kleinigkeit für unterwegs ist auch immer genügend Platz. So, auch in so eine Tasche passt tatsächlich mehr als nur die Reinigung rein. Wir haben ja in der Regel auch Zubehöranlagen, Lichtsignalwecker oder die Roger-Übertragungsanlagen mit einem Handmikrofon. Auch diese Sachen müssen natürlich irgendwo Platz finden und damit man sie auch bei Reiseveranstaltungen oder ähnlichen Sachen immer gut wiederfindet, haben wir uns eben für individuelle Taschen entschieden und so fallen sie gerade in den Dreisodensulin mal wieder gut auf. Wie ich die Taschen nähe, das zeige ich euch in einem anderen Video. Und für die unterschiedlichen Handgrößen, wir haben ja auch Erwachsene, die größere Hände haben als ich, haben wir natürlich auch breitere Griffe genäht. Das ist eine Wendetasche, die ich hier genäht habe mit einem Lochmusterstoff für ein junges Mädchen. Und da passt tatsächlich die FM-Anlage mit rein und das Zubehör für die Reinigung. Aber sie hat mir später erzählt, dass sie es auch dafür nicht benutzt, sondern eben für unterwegs benutzt, wenn sie zu ihrer Freundin geht und mit ihrer Puppe spazieren geht. Ja, auch dieses Schnittmuster bzw. die Anleitung für diese Tasche habe ich extra online gestellt. Der Boden hat ungefähr eine Größe von 25 x 20 cm und die Höhe von der Tasche ohne Tragegriffe ist ungefähr 30 cm. So, sie kann gewendet werden, sodass sie auch mal von der anderen Seite getragen werden kann. Zum einen wechselt ja ab und zu so der Geschmack, der Farbgeschmack. Und also ich weiß zumindest von meinen Jungs, sie wollen gerne mal Abwechslung haben. Und dann haben sie das andere Motiv immer noch trotzdem dabei. Und auch hier könnt ihr sehen, haben wir noch eine kleine Tasche mit drangenäht, weil man ja immer noch mal was Kleines dabei hat. Vielleicht ein Schoko oder ein Müsli-Riegel oder eine Haarspange. Und damit die in der großen Tasche nicht einfach so verloren geht, ist eine kleine Tasche dabei. Unser Geschäft ist an der Parkinsel oder in der Nähe von der Parkinsel in Ludwigshafen und da führt der Rhein lang. Und wenn wir zwischendurch mal Mittagspause machen, haben wir immer mal Zeit, um ein paar Steine zu sammeln. Wir wünschen euch viel Spaß und wenn ihr Fragen habt oder Wünsche, dann meldet euch doch einfach.